Uns ist wichtig, dass Sie Menschen bei uns im Unternehmen persönlich, aber natürlich auch fachlich laufend weiterentwickeln können und daher bieten wir in der Personalentwicklung total vielfältiges Angebot an. Das Angebot steht allen Berufsgruppen offen, es ist kostenlos und natürlich auch in der Arbeitszeit. Wir im Bereich Personalentwicklung organisieren jedes Jahr mindestens 100 verschiedene Seminare. Wir haben verschiedenste Lehrgänge, Trainee-Programme, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit Praktiker extern zu machen oder externe Weiterbildungen zu besuchen. Toll ist auch, dass wir seit einiger Zeit eine sehr umfassende E-Learning-Plattform haben, die es uns auch ermöglicht, Zeit- und Urteil unabhängig zu lernen und wir sind dran laufend neue Angebote zu etablieren, weil wir mit unserem Angebot eben Mitarbeiter ihr ganzes Berufsleben lang unterstützen.